Darf ich einen Namen? Haben Sie Ihren Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Keine Saus. Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem das geschah? Ich kriege ihn dieser sinnlosen Ehe. Was? Du kannst es momentan starten. Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich kriege vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Lebensaffäre? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldstimme? Und meine Haare in deinem Tagebuch? Wo hast du die Obje? Mit dem einer Scheißspinze hat man seit 1000 Warnitzen oder Witz auf der Normale? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Ich war die Pitschnass geworden. Hey Coco. It's my baby. I am a business owner. I run an restaurant in Abbassard called Mission Office. I've had it for five years. I'm also the president of the Abbassard Downtown Business Association. Look. Look. We started this company. We started two years ago. We built it up to this point. And we launched this week. I w它 mir. Chiffain Club. But if you got a business owner. We built it up.